Der Mond ist aufgegangen. Falsch. Welcher Mond eigentlich? Ich sehe doch gar keinen. Wieder falsch. Ich möchte gerne eine Umfrage sehen, welche den Kenntnisstand der Schüler nach der 10. Klasse Astronomie zeigt bezüglich der Relationen von Sonne, Erde, Mond. Natürlich geht der Mond meistens auf und ist auch meistens zu sehen, aber eben nicht immer. Bekannt ist doch, dass wir alle 27,3 Tage Vollmond haben, welcher auch immer sichtbar ist, zumindest für uns. Denn die Leute am Süd- oder Nordpol würden dabei vehement widersprechen. Diese wiederum beteuern, dass es im Winter oder Sommer gar nicht möglich ist, den Mond als zweite Sonne zu sehen. Über dem nördlichen Polarkreis also gibt es im Winter gar keine Sonne, sondern nur den Mond. Dafür aber auch am Tag und in der Nacht. Zumindest bei Vollmond. Ihr seht schon, ich möchte zwei Modelle entwickeln, die ein wenig mehr zum Nachdenken anregen sollen, als warum es nun Voll- oder Neumond gibt, die Mondphasen. Dafür brauchen wir aber die Grundlagen. Welche Merkhilfe kennt ihr, um den zunehmenden vom abnehmenden Mond zu unterscheiden? Ich behelfe mich der Leserichtung, da der Mond als eine Art runder Pfeil zunehmend in Leserichtung zeigt. Wer aber bereits ein wenig Ahnung von Astronomie hat, der sollte wissen, dass sich im Sonnensystem bezüglich der Erde alles links herumdreht. Wir sind eine linke Welt. Kleiner Spaß. Also dreht sich nicht nur die Erde nach links, so dass wir die Sonne relativ dazu nach rechts wandern sehen, sondern auch der Mond, welcher monatlich um die Erde wandert oder rotiert. Bedenkt man diese Bewegung, schaut also auf den Mond und unterstellt ihm, dass er in ein paar Tagen weiter nach links gewandert ist, dann ergibt sich von selbst, dass der zunehmende Mond quasi links von der Erde steht und die Mondsichel nach rechts zeigt. Welche Schüler wissen um diesen Sachverhalt des Drehsins? Ich wäre mal gespannt. Aber das sind ja erst die Grundlagen. Wie kann denn der Mond untergehen, also absteigen, anstatt auf? Wir bezeichnen den Sonnenaufgang derart, dass am Vormittag die Höhe des Sonnenstandes größer wird, bis diese gegen Mittag den Zenitstand erreicht, also am Äquator senkrecht einfällt, der Zenit. Danach sprechen wir von einem Sonnenuntergang. Wenn wir nun bei zunehmendem Mond gegen 18 Uhr den Zenitstand desselben sehen, dann muss daraufhin richtigerweise ein Monduntergang oder Mondabstieg erfolgen. Aber eben nicht morgens, sondern bereits 18 Uhr. Und auch nur bei zunehmendem Mond. Wie können wir nun aber dieses Phänomen zumindest im Alltag bestätigen? Dafür übertragen wir Längenmesswerte auf Winkel und Höhen. Höhen sind in der Astronomie die Winkelangaben der Sterne und Himmelskörper über dem Horizont. Wenn meine angewinkelte Hand 60 cm von meinen Augen entfernt ist, sowie die Länge derselben 20 cm beträgt oder aber 2 cm des Daumens, dann beträgt das Verhältnis dieser beiden Werte 1 zu 3 1 Drittel oder 1 zu 30. Schwenke ich meinen Arm nach allen Richtungen, dann erkenne ich, dass diese Armlänge den Radius meines Kreissystems angibt, während die Handlänge einen Kreisbogen beschreibt. Das Verhältnis aus Kreisbogen zu Umfang, also 2 Pi mal Radius, ergibt das Verhältnis des gesuchten Höhenwinkels zum Vollkreis. In diesem Fall rechthandlich, also 1 zu 19. Da das Quadrat von 19, ja, 361 ergibt, ist also der gesuchte Winkel etwa 19 Grad. Und die Höhe des Daumens beträgt dann logischerweise ein Zehntel davon, also 1,9 Grad. Ein bisschen Mathematik in Astronomie sehr fein. Die nächste Frage wäre, ob der Mond wohl im Sommer oder im Winter höher steht. Das hängt natürlich nicht nur von der jeweiligen Mondphase ab, sondern auch vom Breitengrad des Beobachters und letztendlich von der Neigung der Mondumlaufebene. Denn wir haben bisher immer vorausgesetzt, dass der Mond natürlich in derselben Ebene laufen würde wie die Erde um die Sonne, die Ekliptik also. Aber wieso gibt es dann überhaupt Vollmond und keine Mondfinsternis in jedem Monat? Verblüffend, dass man bereits bei so einfachen Fragen Schwierigkeiten bekommt. Zunächst ist ein Mondtag ja ziemlich lange, dauert also 27,3 Tage auf der Erde, sodass der dabei überstrichene Winkel etwa 13 Grad beträgt. Da die Entfernung von der Erde aber so dermaßen groß ist, beträgt der Winkel für das Zustandekommen einer Mondfinsternis noch weniger, sodass tatsächlich eine Mondfinsternis eher selten ist. Und hinzu kommt noch die Neigung der Modebene. Also neben der minimale Neigung des Mondes ist auch seine Entfernung so groß, nämlich das Dreißigfache seines eigenen Durchmessers, dass man ohne Probleme wieder von parallel einfallenden Mondstrahlen ähnlich wie bei der Sonne ausgehen kann. Zurück zur letzten Frage, wann der Mond denn in unseren Breitengraden höher steht, im Winter oder im Sommer. So kann man also die Neigung der Mondebene sowie die Divergenz der Mondstrahlen getrost vernachlässigen und betrachtet vor allem die Erdneigung um 23,4 Grad und den eigenen Breitengrad. Wie bereits erwähnt, geht der Vollmond im Winter für die Leute am Nordpol gar nicht unter, während der Winkel, unter dem man den Mond auf der restlichen Nordhalbkugel betrachten kann, im Winter entsprechend höher ist als im Sommer. Und wenn ihr mal wieder den Mond für eure Schlaflosigkeit verantwortlich machen wollt, dann solltet ihr schon begründen können, ob ihr den absteigenden oder aufsteigenden Mond meint, in welcher Höhe man diesen gegen Mitternacht sehen konnte, denn offenbar hat der Mond im Winter einen anderen Einfluss als im Sommer. Und letztendlich, ob der Mond überhaupt in euren Breitengraden momentan sichtbar ist zu dieser Uhrzeit und nicht erst gegen 24 Uhr so langsam aufgeht wie der abnehmende Mond. Und nun wenden wir dieses Wissen mal an und fragen, wie lange so eine äußerst seltene Mondfinsternis dauert. Der Mond überstreicht ja einen Winkel von 13,1 Grad pro Tag. Welchen Winkel aber überstreicht der Erdschatten auf der Kreisbahn des Mondes? Die Formel habe ich vorhin genannt. Das Bogenmaß ergibt 1 zu 30, wegen des dreißigfachen Abstandes des Mondes von der Erde bezüglich des Erddurchmessers und somit auch des Schattens. Also ist der Winkel nicht mal 19 Grad, sondern beträgt ein Zehntel, 1,9 Grad. Das ist aber nur ein Sechsneuntel von einem Tag, also etwa 3,5 Stunden. Warum aber die letzten Mondfinsternisse des 20. Jahrhunderts mit durchschnittlich 1 Stunde 40 Minuten angegeben werden, können die Schüler gerne mittels Kernschatten, Halbschatten und weiteren Parametern wie der Neigung zur Ekliptik oder anderen Festlegungen erklären. Tina, 1,9 Grad. Tina, 2,30 Minuten 22 Ska 60 Minutenعeles Goert, counties, both von Kostchatten und Investors Untertitelung des ZDF, 2020